Hey, es ist abgestürzt, ich freu mich so. Ja, ja, bla, bla. Komm schon, ey. Deswegen kann ich nicht auf dieser Distanz bleiben, ja. Es trifft mich natürlich schon, klar. Wo bin ich, wo bin ich? Wo ist es? Ach, komm, lass mich halt dahin, da. Jetzt kriegst du aber alles. Wenn ich nichts mehr habe, was nicht lange dauern wird. Puh, das war ja einfach. Oh, ich hab mal wieder ein Zeitlimit, toll. Und ich hab Dreck. Zu den Hetzen. Okay, wo geht's denn hier raus, da? Da geht's aber woanders raus. Nein, es geht nur noch hier raus. Auf. Auf. Mann, nein, ein Kackspiel. Auf. Ach, natürlich noch mehr Gegner. Nein, warum wir nicht? Wir hatten noch nicht so viele. Ach ja, das Ding ist auch noch nicht stress. Na, warum wir nicht? Ich hab ja sonst nix zu tun. Hey, es ist abgestürzt. Wie schön. Dreckspiel, ein Dreckiges. Auf. Das Schönste, das ist das Airmobile. Hey, fick dich. Zerstörst du doch selbst. Hallo, Leertaste. Reagieren bitte. Danke. Ja, schon klar. Schon klar. Ja, ja. Klar, geh auf. Komm. Das ist das Airmobile. Warum auch immer ich das jetzt erst zerstören muss. Das gibt zwar keinen Sinn, aber hey. Das Bild wackelt, hurray. Ich bin tot, hurra. Ach ja, ich hab's zwar nicht mal gesehen, aber egal. Ich hoffe, alle folgen mit Asynchrone, ey. Ja, ja, ja. Bla, 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 bla. Hey, ich benutze meine vielen Raketen, die ich hab. Hey, ich hab noch Puls. Ja. Ach ja, genau. Soll ich dem Ding ausweichen, bitteschön? Wie soll ich das jetzt wieder töten? Oh, Fick dich. Komm, ja. Wiederbeleben. Komm schon. Ach ja, ich liebe es. Keine Spawn-Protektion. Jedes Spiel sollte ohne Spawn-Protektion auskommen. Dann stimmt mir viel öfters. Ich treff das Ding halt nicht. Mit nichts. Oh, wenn das Ding mich instant killt. Such dir jemand anderen ein. Ich hab dir nix getan. Ach ja. Komm, belebe ich wieder. Kill mich gleich wieder. Komm, auf. Hallo, aufspiel. lar blablabla 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 blabl LET ME D هlD vernichten weil es was ewig aushält ich kann es nicht übers lebenden treffer weil es mich tötet instant toll wenn ich sterbe kann ich meine ausrüstung nicht mehr holen ist es nicht toll super was jemand hier entgegen ausdenken echt toll muss ich sagen finde ich super finde ich super stärker als der boss eben toll wirklich ganz toll ja jetzt kommen wie es wird nicht asynchron daher unendlich zeit ja es ist ewig wegschleudert was soll der dreck wie wärs noch ein paar raketen da einfach mal so spontan der solaris die sind eh scheiße irgendeine rakete ach es gibt keine beschissene nicht beschissene wache die gibt es ja in diesem spiel nicht habe ich ganz vergessen hier ist alles total scheiße hey jetzt werde ich wieder beliebt und gleich wieder gekillt instant ja genau hey warum nicht ja hey wozu den ausrüstung einsamen kommt vielleicht schon bis jetzt bis zur ausrüstung hat nur zwei leben gekostet hey toll nicht das ding ist wahrscheinlich noch nicht mal angekratzt wir fliegen irgendwelche raketen oder trümmel oder was auch immer rum stirb doch einfach ich habe ein treffer über das hat mich gar nicht getroffen aber jetzt bin ich tue ich wundere mich schon hast du lange gedauert ach ja hey ich bin wieder tot wuhu ich habe immer noch nicht level 3 oder? nein gibt kein höheren level oh ich bin tot hey toll wieso das spiel liegt all meine lüben mann ich denke sie so einen scheißdreck aus normaler gegner stärker als der boss erst mit dem ersten boss so ewig übertreiben und dann alles scheiße tot mal schauen ob ich meine ausrüstung wieder bekomme bevor ich wieder verreck ich kann mich nicht mal so schnell drehen wie sie das ding ich sehe es ja nicht mal nachdem ich gespawnt bin ja oh hey ich bin tot hey ich bin tot ich bin tot wie welche geschwindigkeit das ding schießen kann ich kann so schnell ja nicht mal überm laser schießen ja ich bin tot ja wissens ja das spiel steht warum auch immer ist nur scheißegal vielleicht wird es nicht asynchron mir auch egal wenn hey ich bin getroffen worden lebt noch wow bin ich gut und ich bin tot toll ja ganz toll hey wer denkt sich so ein gegner aus nur mal ein gegner hopp komm rauf komm rauf komm rauf auch sei es nicht es kommt nicht rauf ach fick dich mir egal ich warte jetzt hallo was mag das ding da ich will es gar nicht wissen es ist mir auch egal auf jeden fall stirbt es nicht wo ist es denn jetzt wo ist es denn jetzt hey erst aber nähere überlegen bleibt unten es ist abgestürzt mir sei es egal komm ich bin tot vielleicht kriegt ihr mal ausrüstung bevor ich noch mal sterbe wohl eher nicht oh ich habe es bis zu mal ausrüstung ich hab keine munition mehr es gibt keine möglichkeit meine ausrüstung zu kriegen und nachdem ich gestorben bin weil ich dann gleich wieder sterbe toll hey ich bin tot wie lustig jetzt sieht so ein scheißdreck aus er macht normale gegner stärker als ich hab meinen laser nicht toll ich hab meinen laser nicht die drecks knarre auto in der mutter tolles war nicht wieder irgendwo alles wegschubst hat jetzt flieg doch mal da rauf die fresse nimm deinen laser und steck ihn dir in den arsch war ich auf powerpod level 2 nein ja da ist es recht wenig suboptimal das jetzt die ki explodiert toll ist toll ich gewinne weil die ki explodiert ist toll toll jetzt liegt meine mina da völlig unnütz rum was soll's wach auf hey es ist abgestürzt so dass wirklich in zwei minuten schaffen was ich hab doch gespeichert ich war da war ich nicht ganz oben macht da fickt ich mir egal was heißt da nix da warum habe ich jetzt plötzlich keine wieder auf du meine so die saskern oder so kann ich nicht mitnehmen jetzt habe ich es auch mir scheißegal geht einfach sterben alle soll man das wirklich in der normalzeit schaffen können in zwei minuten oder 230 oder wie viel auch immer das war guck auf hey noch mehr gegner und da oben kommen noch mehr gegner hey wie kreativ na komm schon achtung über mir was ist denn über mir gegner toll und warum soll ich da jetzt achtung geben was ist denn über mir mein klar da spawnen gegner das informierte mich doch auch lieber wenn die gegner spawnen irgendwo würde ich bitte mal sterben danke toll ich bekomme die blickste raketen warum denn auch nicht hey was soll ich denn mit guten raketen auch anfangen ja es ist mir gerade egal was ich erhalte mir doch dieses scheiß fällt raus ah fick dich ja zula ist left mir doch scheißegal ja 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 blablabla Oh, hey, noch mehr Gegner. Wie kreativ. Oh, wie man so richtig kreativ. Du kannst ja nicht schießen. Nein, du fliegst nur durch mich durch. Oder auch nicht. Mir nimmer schafft das in 2 Minuten 30. Das kannst du mir nicht erzählen. Das macht mir mal irgendjemand vor, wie er das in 2 Minuten 30 auf Teil Mayhem schafft. Das will ich sehen. Aber ohne Cheats, ja. Ich vermute mal, ich verreck immer noch. Nein, es ist aus irgendeinem völlig unersichtlichen Grund abgeschaltet. Da gibt es überhaupt keinen Sinn, dass es jetzt ausgeschaltet ist. Aber es hat auch keinen Sinn, dass es überhaupt so was ist. Ja, komm. Ja, bla 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 bla. Den da. Gott sei Dank. Auf. Auf. Ach, ja. Wir töten. Hey, warum wir nicht? Ja, es tut alles zusammen. Wir sterben gleich. Hey, kämpfen noch ein bisschen gegeneinander. Warum wir nicht? Wäre nicht langweilig. Soll es auf der Ecke und im Loch, wo ich nicht mal herankomme? Super. Was kann ich an dir langkomme, wenn ich dich immer noch nicht ruhig hinmüsse? Ja, diese Tür geht nicht auf. Deine Mutter geht nicht auf. So, jetzt habe ich noch ein goldenes Idol gefunden. Führende, wenn ich das jetzt brauche. Muss ich da unten lang? Nee, mach mir nicht. Nee. Ich muss irgendwo, keine Ahnung. Die Tür geht nicht mehr auf. Klingen wir halt da lang. Nee, egal. Oh, Gegner. Toll. Jetzt sterbe ich ja. Tschüss. Ja, ich habe keine Zeit mehr. Tschüss. Bla bla bla. Und jetzt. Ist hier falsch? Hier bin ich allen Anschein nach falsch. Warum auch immer. Soll ich nicht dahin zurückkehren? Das ist doch der Anfang. Sieht aus, als würde es hier aufgehen normalerweise. Irgendwo was vergessen. Ganz toll. Das wäre jetzt total super wert. Das würde ich mich echt drüber freuen. Keine Ahnung, wo es da lang geht. Richtig hat man lang. Aber da geht es wieder hier lang. Nein, da komme ich eben her. Zurück. Zurück, zurück. Zug, zug, zug. Nein, da war ich auch schon. Was ist denn da hinten noch? Da geht es wieder da rauf. Toll. Habe ich hier beim Averagear vielleicht was vergessen? Das könnte natürlich auch sein. Ich gebe einfach ein Nitro. Hey, ich kann mir nicht das Teimloch holen. Das bringt es total. Was ist denn da noch drin? Ich gehe nicht mehr auf, was da drin ist. So wie es auch nicht mehr aufs. Schön. Da erfahren wir halt nie, was da noch drin war. Wen interessiert. So, ich nehme da raus. Jetzt passiert irgendwelches Zeug. Kommst du jetzt her? Ich tue mal noch den Gegner da hinten. Fällt er ja noch was. Auf. Ob ich noch irgendwas brauche, um rauszukommen. Ja, jetzt. Zeitnerv. So sehr wie die Abstürze nerven. Wie komme ich hier wieder raus? Gar nicht. Toll. Ist gut. Ich habe hier irgendwo irgendwas liegen lassen. Habe ich noch mal auf. Hinten sind auch ein Schwebemin. 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 Habt ihr schon mal einen Nachbruder gesehen? Nein? Ich habe nämlich keinen da. Dann liegt es vielleicht. Was hier auch noch so Kristalle sind. Das wundert mich. Na, schon wieder die Zeit. Oh, mei. Okay. Cool.